Ich möchte die Bündnis-Karte einsehen. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Okay, 250. 130, ja gut, dann machen wir erstmal. Dann machen wir erstmal Kent, würde ich sagen. Erzähl mir mehr über Kent. Bassem hat geschrieben. Er behauptet, Fulke gefunden zu haben und bittet um deine Hilfe. Du findest ihn im Priorat des heiligen Hadrian. Neuigkeiten von Sigurd? Hat er nicht erwähnt, aber wenn er Paladin Fulke gefunden hat, kann Sigurd nicht weit sein. Oh shit. Direkt. Ich gehe so weit ich kann. Gut, pass auf dich auf, Eivor. Okay. Bassem weiß etwas Neues über Sigurd. Ich muss zu ihm. Okay. Was mit dir? Berg, Bassem hat uns Sigurds Aufenthaltsort übermittelt. Wir brechen umgehend auf. Großartig, Eivor. Endlich fällt dir ein, dass wir nach unserem Jarl suchen sollten. Ich klatsche für deinen halbherzigen Edelmut. Doch ich werde dich nicht begleiten. Berg, das ist kein Scherz. Auf das Schiff. Los! Jemand muss zu Hause bleiben und sich um die Belange der Siedlung kümmern. Da du uns bei jeder Gelegenheit im Stich lässt, sollte diese Aufgabe mir zufallen. Ich gehe langsam, vertraue ich dir nicht. Du musst mitkommen. Oder? Diese Entscheidungen immer. Komm mit. Sigurds Leben steht auf dem Spiel. Wir brauchen dich. Nein, ich werde hier gebraucht. Ist dein Zweifel so groß, dass du nicht einmal deine Axt erhebst, um deinen Jarl zu retten? Du verdrehst die Wahrheit, Wolfsmal. Aber geh, finde den Jarl. Bring ihn zurück. Doch komm nicht wieder vom Weg ab, wie es dir immer öfter zu ergehen scheint. Wir sind noch nicht fertig, Dark. Wir reden nach meiner Rückkehr. Dieser Dark. Ich weiß auch nicht. Okay. Unterschied Augustin nicht zwischen Glauben. Und was ich sagen will, ist, dass der Glaube die größte Bedeutung hat. Ja, denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbssünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene, neugeborene freien Willen? Ja, äh, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine hohen Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Tscherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Alter! Raus! Lass mir die Viecher! Ja, Bro! Watiz! Äh, du hast Volke gefunden. Wir verschwenden Zeit. Was ist mit der freu zerstörenden Volke? In deiner Nachricht hieß es, du hättest sie in Kent aufgespürt. Sie ist hier irgendwo. Und im vergangenen Monat war Sigurd bei ihr. Doch wer weiß, ob dies morgen der Fall sein wird. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes. Ein Heide und ein Ketzer. Um Volke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Hm. Das Instrument der Ältesten. Dann wollen wir mal. Okay. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert. Dies ist der Nordmann, von dem ich sprach. Ah ja. Zudem noch ein recht furchterregender. Was ihm sagt, dass du Paladin Volke kennst? So ist es. Lady Volke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Ava wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Ava. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Hö. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Ich werde entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Na, dein Wolf zeigt Zähne, was ihm. Kommen wir zum Punkt. Nadine, spielst du laut. Kommen wir zum Punkt. Und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Willst du nicht selbst Aldermann werden? Alfred wird darüber nichts froh sein. Und Volke? Wie wirst du Volke finden, wenn wir das tun? Ich will irgendeine Absicherung. Hast du Ohren in jeder Kirche, Abtei und Kathedrale entkennt? Ich schon. Und ich werde sie finden. Und wir übernehmen, was eine christliche Seele zu sehr beschmutzen würde. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei Ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen du findest, Volke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind, ich habe an der Südküste zu tun. In Volkernstern gibt es den besten Fisch in West-Sexa. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Volke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Volkernstern. Alles klar. Erreiche das Gasthaus von Tonebirge. Ne. Tone Briege. Wenn Alfreds Gesandter hier einige Tage verbracht, weiß vielleicht jemand, wohin er ging. Dann wollen wir mal die Leute abfragen. Hallo. Lass mich in Ruhe. Heiler. Was ist mit dir los? Schlecht gelaunt oder was? Hallo? Wo ist er? Ich will dir nichts tun. Ich suche jemanden. Dann sprich. Ich habe viel zu tun. War jemand im Auftrag des Königs hier? Das habe ich mich selbst gefragt. Hat jemand Neues wegen dem Aldermann gebracht? Lord Landerig wäre gut geeignet. Es war was. Was ist das? Der Quartkornatam. Ohra. Ohne. Ich habe mich nicht mehr reagiert, Jensen. Und da bist du unheblich. Es ist ein Mann. Nein, ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Nein. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Um... So, okay. Hm, da konnten wir nichts wirklich sagen, oder? Äh, du sollst einfach durch dieses Band... Oh mein Gott, A-War. Echt, A-War. Okay. Dann gehe ich hier rüber. Ähm. Hm. Wie komme ich da rein? Okay, die muss ich irgendwann aufbrechen. Die Frage ist, wie? Ah ja. Entspann dich. Ich komme nur rein. Ich muss dir was fragen. Was geht, Bro? Alles fit? What? Wenn du lieber meine Klinge spüren willst, kann ich das einrichten. Das weiß ich zu schätzen. Gewaltbereit, direkt, erfrischend wie ein Sommereel. Du bist ein seltsamer Kauz. Hast du den Mann gesehen? Das habe ich. Er besoff sich mit diesem baden Gaueln und sorgte für Aufruhr. Sie gingen zusammen fort. Siehst du, war gar nicht schwer. Schwerer, als es hätte sein sollen. Hehe. Okay. Einmal. Und hier einmal. Sehe ich gerade. Hallo. Hallo. Mir ist nicht nach sinnlosem Gerülpse. Wähle deine Worte mit Bedacht. Hey, was? Zeig mal deine Haare. Sieht man das nicht? Ich habe die gestern flechten lassen. Okay. Ah. Du willst deine Worte nur... Äh. Äh. Der Gesandte des Königs. Ich muss wissen, wohin er gegangen ist, nachdem er hier war. Und ich muss wissen, warum ich Schweren in meiner Achselhöhle habe. Kommt Zeit, kommt Rat. Elfels Gesandter. Wo? Er und der Barde tauchten bei der Brücke ins Gebüsch ab. Betrieben weiß Gott was. Es klang, als würden sie eine Katze häuten. Gesang? Wenn du es so nennen willst? Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Okay. Ja. Hat jemand meine Hosen geklaut? Was ist mit dem los? Du da. Lebst du noch? Geduld ist eine müde, Ehre. Trottetitrotz. Der ist Ciao Leben. Wie dein schwankender Zitzensauger, der nichts verträgt. Holen wir deinen Huger zurück. Nicht er den Baden aus. Äh. Was soll ich machen? Ihn ins Wasser werfen? Was soll ich machen? Nee. So. Das ist ja kalt wie der Busen. So. Sprechen. Wer ich bin, hat dich nichts anzugehen. Ist mir auch egal. Wolltest du was, oder bist du nur hier, um mich zu quälen? Du und Elfrids Gesandter war zusammen in der Schenkel. Sag mir, wohin er gegangen ist. Waren wir das? Ich war so benebelt vom Ale. Vielleicht würde etwas kleines Silbernes in meiner Hand mich erinnern. Oh. So eine. Wie wäre es mit etwas Langem und Scharfen? Wie wäre es mit etwas Langem und Scharfen? Ist ja gut. Es wird nicht nötig sein. Du bist sehr überzeugend, Däne. Er brach Richtung weißer Küste im Südosten auf. Zur Dovras-Feste. Er sagte, dass sie dort diese religiösen Spinner ausbilden. Eiferer. Die bilden die ganze Nacht, anstatt zu schlafen. Hab Dank. Im Tausch biete ich dir diese Weisheit. Becherweise Bier schafft Narren in Witz und Wort. Hab Dank, Seher des Offensichtlichen. Nun überlasse mich meiner unheiligen Strafe. Okay. Hä? Oh scheiße. Oh du Wichser. Kommt her. Kommt her. Bam. Bam. Die Klinge ist gut. Boom. Er liegt einfach auf dem Boden. Okay. 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 Klein Eingang. Ist auch von da oben wahrscheinlich. Das klingt ja nochmal gut. Okay. Okay. Ich sollte mich mit Bassim und dem Abt den Volkratzdahn treffen. Ich sollte mich mit Bassim und dem Abt den Volkratzdahn sehen. Ich sollte mich mit Bassim und dem Abt den Volkratzdahn sehen. Ich sollte mich mit Bassim und dem Abt den Volkratzdahn sehen. Ich sollte mich mit Bassim und dem Abt den Volkratzdahn sehen. Ich sollte mich mit Bassim und dem Abt den Volkratzdahn sehen. Bis zum nächsten Mal.